Heute haben wir bei einer Kundin eine Haarverlängerung gemacht. Sogar mit einer fast Überlänge, die wir eingefügt haben. Das Besondere waren dann, wir haben zwei verschiedene farbige Strähnen genommen, weil sie hat ja einfach selber gesträhnt hellblondes Haar und ihr Naturton war dunkler und auch so dieser natürliche Effekt sollte dann auch drinnen bleiben. Und das haben wir mit der Haarfarbe sehr gut hingekriegt. Wir haben auch zwei verschiedene Haarlängen genommen, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, um nicht eine lange, schwere Länge zu haben, sondern einfach kürzere dazwischen, so wie man sonst auch Stufen in den langen Haarschnitt reinschneiden würde. Bei dem Erstbesuch bekommen die Kunden unsere Pflege natürlich mit, damit ich weiß, die Haare sind richtig gepflegt und das ist dann gleichzeitig auch damit die Garantie, dass ich weiß, man geht da vernünftig mit um. Und was das Ganze kostet, das ist so individuell, ich kann es nicht vorher bestimmen und wie mal darum sagen, der Kunde darf gerne kostenlos sich beraten lassen, bekommt dann gesagt, was der eigene Preis dann ist für die entsprechende Haarlänge. Ja, am Anfang wird das Haar eben vorbereitet. Wir waschen es vorher, wir föhnen es vorher, damit es einfach an den Stellen, wo die Strähnen eingefügt werden, sauber sind. Dann werden die Strähnen eingefügt, man nennt diese Methode Sandwich-Methode. Das heißt, ich habe eine Fremdsträhne, die teile ich mir ab, dann nehme ich von der eigenen Haarsträhne eine genauso dicke Strähne dazu und gebe dann oben die zweite Strähne klebe ich oben drauf. Daher nennt man das Sandwich-Methode. Diese Stellen, wo die verklebt sind, die sind sehr elastisch, sehr angenehm dann zu tragen, ob nachts zu schlafen oder man macht sich einen Zopf oder man steckt die hoch. Sie bewegen sich mit, also von Anfang an gar kein Problem. Und ja, so geht man eben vom Nacken her nach oben, verklebt man die ganze Sache so, dass das Decker dann da drüber fällt und es sieht wunderbar nachher aus. Wie das Ganze aussehen kann, das sehen wir natürlich jetzt hier und wie die Kundin sich damit fühlt und was sie selber davon hält, das sagt Nathalie uns dann selbst. Also Iris ist mir ein empfohlen worden und dass die Produkte halt eben sehr gut sind und man fühlt sich hier wirklich wohl und es ging sehr schnell. Ich wollte schon ein bisschen mehr Volumen haben und halt eben in der Länge auch ein bisschen mehr und das finde ich ist wirklich sehr gut gelungen. Also die Haarverlängerung habe ich mir schon lange gewünscht und konnte mir das jetzt endlich verwirklichen. Ja, also Iris hat mich sehr gut betreut und direkt von Anfang an an die Hand genommen, mir erklärt von den Pflegeprodukten her und ja, den Unterschied, worauf ich achten muss und ich denke, dass ich hier wirklich sehr gut aufgehoben bin. Ich komme auf jeden Fall nochmal wieder, weil es super geklappt hat und ja, das Ergebnis ist einfach bombastisch.